Rockwennchen Willkommen Willkommen zurück zu Wwe Universum und heute Naomi gegen Becky Lynch, die einfach schon im Ring ist. Ich muss das mal nicht herrennen. Was ist das? das match geht los ich wollte eigentlich noch mal den titel nehmen auf sie drauf schlagen aber dann nicht so ist einfach ihre brille noch auf hat und die bleibt einfach sitzen okay jetzt geht's mit richtig los letzte woche tag team match jetzt ein richtiges match und konter von becky lynch bald ist auch der pay per view ich weiß nicht welcher also ich bin gut vorbereitet darauf und da treten ja beide gegeneinander an um den titel das ist jetzt ein contender match wir hätten auch championship match er gesagt auf den titel klicken ja auch schon irgendwie paar andere ich sag nur mal so naja jacks sasha banks also das sieger aus dieser fehde oder vielleicht eine asker und naomi zeigt hier kann ich becky lynch wie es läuft das ist eigentlich heftig becky macht keine gegenwehr hier hier kommt das signature jetzt machen wir einfach mal ein incident finisher hinterher der natürlichen ist doch mission ist ich war doch im grünen jetzt könnt becky lynch zurückkommen allein durch diesen ruf jetzt comeback move von becky lynch also sie setzen einfach nicht ein mach lieber eine submission mach lieber mein arm kaputt das ist die scheiß so komplett auf ihren come back move doch nicht hat es gerade doch geschafft okay jetzt wird sich komplett anders aus als es anders aus die dominante phase von naomi ist gerade vorbei das können wir jetzt ein pin da müsste ich rauskommen so komme ich auch ganz normal kein problem ja gut da aus dem disarmer rauszukommen ist vielleicht eher das problem aber wir kommen ja nicht mehr erstmal rein cover los becky das ist vielleicht nicht die beste posi eine submission zu machen ja submissions sind echt nicht mein fall oh aber beckys kopf ist komplett gedamaged oh und zwar nur gelb die heil becky will hier zeigen was abgeht oh erstmal komplett ausdauer weg nach der einem schlag ei was hat die denn mit meinem arm ich könnte euch eigentlich mal nach der show die power rankings zeigen wenn ihr interesse habt zudem ich habe jetzt alle superstars freigeschaltet durch den accolator weil die points will ich lieber für äh dinge ausgeben für eher für diese kisten wo es bei einem karrieremodus gibt oder halt für den karrieremodus nicht unbedingt vom wrestler freischalten oh das könnte jetzt zu ende sein jetzt ein disarmer und da würde ich rauskommen und ende ok disarmer das habe ich aber auch lange nicht mehr gehabt dass die arme dass die arme gedämmelt sind so ich bin weiter auf den kopf ah ne ist mich jetzt gekontert au oh ei die arme sind noch mehr gedamaged oh 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 was hat sie vor nein jetzt geht es weiter gegen den kopf das ist ein gutes match muss ich echt sagen jetzt der signature und ein ende bitte will ich den finisher machen müssen so cover naomi 1 2 3 naomi besiegt championess becky lynch und wir sehen uns gleich im nächsten match im main event 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 Okay, I like that. A little sign of respect? Maybe not. I'm sort of a loser. Making his way to the ring from Death Valley, weighing in at 299 pounds, The Undertaker! This might be the most legendary entrance in all of sports entertainment. Might be. There's no doubt about it, Michael. This is the most legendary entrance of all time. Well, I think we can all agree that this will be no easy match for him here tonight. Yeah, but you could say that about every- And his opponent, weighing in at 385 pounds, Raul. Oh yeah, I can't think of a better way to kick off this night. I don't know. Or to be hoped, Saxon would have gotten lost on the way to the announce table. That definitely would have made things better, but no such luck. And that's in the main event. Braun Swarman gegen den Taker jetzt wirklich im Ring. Oder auch mal Zeit. Backstage gab's ein paar Prügeleien. Jetzt das erste Mal richtig im Ring. In nem normalen Match. Zudem hab ich mir grad überlegt, das Match beim Perry wird ein Hell in a Cell Match. Taker ging Swarman hell in a Cell. Das hört sich doch gut an. Undertaker. 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 Weil die hatte allesamt verloren. Gegen Swarman. Das kann eigentlich auch nur eins heißen, dass Swarman nicht grad schlecht ist. Ja gut, er hat Bobby Hood und Shinsuke Nakamura in wenigen Minuten einfach fertig gemacht. Chokeslam. 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 Jetzt noch ein Tombstone. Oh. Oh, rein da. Uh. Ganz ehrlich. Ich möchte bei sowas lieber einen Countdown und kein richtiges Match haben. Weil so eine Begegnung will man dann richtig bei einem Pay-Per-View sehen, wo es wirklich um was geht. Deswegen mach ich sowas manchmal. Hier ist dein Winner, Lee Asker Taker. Taker hat jetzt durch Countdown gewonnen. Weil wenn jetzt ein klarer Sieger rauskommt, dann ist die Fäde einfach, ist die Luft raus. Und das will ich nicht. Wir schauen uns auf jeden Fall noch das Power Waking gleich an. Nach seinem Legendaire Move. So. Verlassen und dann gucken wir uns grad schnell das Power Waking an. Waking. Waking. Dass wir mal sehen, was so abgeht. Mit dir. Weil ich finde die Funktion eigentlich gut, dass man sieht, welches zu was da grad so populär ist. Was? Ja gut. Du musst kurz Ladebalken. Dauert auch nicht lang. PC dauert irgendwie überhaupt nicht lang. Ja. So. Hier Power Waking. Wow. So. Seth Wallens ist auf Platz 1. Storm Man auf Platz 2. Dean Ambulos auf Platz 3. War Moon Manz auf Platz 4. Ray Wade auf Platz 5. Becky Lynch, AJ Styles, Heath Slater, Alexa Bliss und die Undertaker. So sind die Top 10 platziert. Und ja. No Way Rosé und Sami Zayn ist durch das Match schon ein bisschen gestiegen. Und was Heath Slater da oben macht, äh. Hätte ich nie erwartet. Ja. Auf dem letzten Platz ist James Ellsworth. Nicht mal gelistet. Na doch. Ja. Ich hab ein paar Superstars dazu gemacht. Aber ja. Die werde ich wahrscheinlich nicht einsetzen. Wegen Endfrenzen und so. Und ja. Da sind halt die ganzen Legenden halt auch dabei. Ich finde eher. Man sollte nur die lassen, die dann auch wirklich im Roster sind und einen Kader haben. Die sollte man hier in Sue Hanking packen. Na gut. Theoretisch. Wenn ich irgendwie Tyler Breeze oder Carmelo oder sonst jemand ein gutes einsetzt. Dann werden die auch weiter nach oben. Zudem sieht man dann auch. Äh. Rechts unten was der will. Der hat keine Ziele. Tag Town. Äh. Smackdown Tag Team Champions ergreifen. So. Dann bedanke ich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao ciao. Bis zum nächsten Mal.